Ich bin hier immer, wenn ich ziemlich planlos, was ich erzählen möchte. Ich will nicht irgendwo mal... Notizen gemacht. Nein, was ich nicht. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne mal wieder eine Reihe vorstellen, beziehungsweise auch empfehlen, denn es ist eine ganz, ganz tolle Reihe und es geht um diese zwei Bücher hier, wie ihr den Thumbnail auch schon entnehmen konntet, und zwar Another Day in Paradise und Anyone Dies in Paradise von Laura Newman und ich wünsche euch wie immer viel Spaß, weil ich wie immer ziemlich planlos und unvorbereitet bin, das kennt ihr ja inzwischen schon nicht anders von mir, aber ich schaffe es einfach nicht, mich hinzusetzen und es vorher alles aufzuschreien. Fangen wir einfach mal mit den grundlegenden Sachen von diesen zwei Büchern an und zwar würde ich sagen, fangen wir erstmal generell an mit der Story. In Another Day in Paradise, was ja der erste Teil ist, geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die in einer postapokalyptischen Szenerie sind und zwar in Texas und versuchen irgendwie mit der Situation klar zu kommen und versuchen da auch irgendwie zu fliehen und einen Plan zu entwickeln, sich in Sicherheit zu bringen. Diese Gruppe von Jugendlichen stellt dann während der Geschichte fest, dass alles nicht so ist, wie es scheint und dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Das ist so der Gruppeinhalt vom ersten Teil. Wie gesagt, es geht hier primär um die Geschichte von Naya, unsere Protagonistin in diesem Buch und ihren Freunden, die halt versuchen, in diese postapokalyptischen Welt zurecht zu kommen. Im zweiten Teil geht es immer noch um die Gruppe um Naya und sie haben sich inzwischen bis nach Kanada durchgeschlagen, haben dort gerade mit den kanadischen Winter zu kämpfen und versuchen dort natürlich zu überleben und sind immer noch auf der Suche nach einem sicheren Ort, wo sie leben können, wo die Deadheads sie jetzt nicht unbedingt gleich finden und töten können. Und ja, auf diese Suche treffen sie auch verschiedene Menschen und Siedlungen, aber das ist alles nicht so ganz das Wahre und eines Tages hören sie von einer Insel, wo es wirklich sicher sein soll, wo die Menschen gut leben können und begeben sich auf den Weg dorthin. Und was es mit dieser Insel auf sich hat und was da alles dann noch passiert, das ist das, was ihr selber lesen müsst, denn das ist der große Knackpunkt in diesem Buch. Und mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten. Ich kann nur so viel sagen, die Story in Band 1 wie in Band 2 sind unheimlich fesselnd. Das hat mir so richtig, richtig gut gefallen. Ich konnte Band 1 und auch Band 2 nicht weglegen. Ich habe beide Bücher damals innerhalb von 1 bis 2 Tagen, also Band 1, glaube ich, hatte ich innerhalb von 1 bis 2 Tagen auch gelesen und den zweiten hatte ich auch innerhalb von 2 Tagen gelesen. Und ja, einfach diese ganze Story, was da passiert, das lässt einen nicht mehr los und es ist wirklich richtig gut. Und ich mag die Storyline und ich liebe diese Geschichte. Und es ist eine meiner absoluten Terriots, Zombie, postapokalyptischen Geschichten, die es gibt. Soviel erstmal zur Story und zur Geschichte. Wie gesagt, sie gefällt mir unheimlich gut, aber nur eine Geschichte macht noch kein gutes Buch. Deswegen komme ich erst das nächste Mal zu den Charakteren, denn die sind in diesem Buch einfach super sympathisch und man kann sich super gut in die Charaktere hineinversetzen. Man kann mit ihnen mitfühlen und man kann die Handlungsweisen der Charaktere wirklich richtig gut nachvollziehen. Also so ging es mir auf jeden Fall. Es waren schon einige Situationen, wo ich mich gefragt habe, wie würdest du reagieren in so einer Situation? Würdest du das gleich machen? Würdest du das anders machen? Auf jeden Fall fand ich die Handlung der Charaktere wirklich sehr, sehr schlüssig. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ich mochte die Charaktere wirklich total gern. Ich mochte Naya als Protagonistin, die ja schon recht weit im Vordergrund steht. Aber auch ihre Freunde, Jace, Sam, Summer, Gadget, die alle auch hier noch mit eine richtig gute Rolle spielen. Wie gesagt, dieses ganze Grüppchen um Naya ist einfach super sympathisch. Man leidet mit den Charakteren, man lacht mit den Charakteren und man kann sich einfach super gut in sie hineinversetzen. Laura hat hier auf jeden Fall Charaktere erschaffen, die mir wirklich ans Herz gegangen sind und die ich in mein Herz geschlossen habe und die ich unheimlich lieb gewonnen habe. Und ja, mehr kann ich zu diesen Charakteren eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass sie wirklich richtig, richtig gut sind und richtig toll sind. Und ich mag sie und man kann mit ihnen sympathisieren auf jeden Fall richtig gut und mit ihnen leiden und alles. Und ja, das macht für mich auf jeden Fall auch immer einen sehr, sehr großen Teil einer guten Geschichte aus. Als nächstes komme ich mal zum Setting oder zum Worldbuilding. Wir befinden uns hier in unserer Welt. Ich möchte dir nicht sagen, dass es irgendein Fantasy ist. Das wäre totaler Blödsinn. Das ist eine postapokalyptische Zombie-Welt. Texas ist untergegangen im ersten Teil, im zweiten Teil natürlich auch Kanada und die Menschen haben sich in Zombies bzw. Deadheads verwandelt, wie sie in diesem Buch genannt werden. Und ja, unsere Gruppe versucht sich da durchzuschlagen. Von den Beschreibungen her konnte ich mir die Welt richtig gut vorstellen. Ich meine, ich muss sagen, ich bin ein großer The Walking Dead-Fan. Von daher hat das natürlich bei mir beim Lesen schon großen Einfluss drauf gehabt. Also man stellt sich ja, ich weiß nicht, viele von euch werden The Walking Dead mit diesen Zombies und dem ganzen Kram kennen und wissen, wie die Welt um diese Gruppe bei The Walking Dead aussieht. Und dadurch habe ich natürlich schon im Vorfeld ein gewisses Bild von dieser Welt im Kopf gehabt. Aber ich muss sagen, wie Laura das beschrieben hat und wie sie das alles dargestellt hat, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich mochte die ganze Welt, in der das spielt, total gern. Und ich konnte sie mir richtig, richtig gut vorstellen. Als letzten Punkt würde ich hier mal noch auf den Schreibstil von Laura eingehen, denn ich finde, man merkt in jedem Buch, wie Laura sich weiterentwickelt. Laura hat, glaube ich, so inzwischen ihren eigenen Groove gefunden und ihre ganze eigene Art gefunden, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und ich finde es so spannend, dass man mit ihr da wirklich mitwächst, sag ich mal. Ich habe 2014 die Nachtsande von ihr gelesen und die hat mir auch schon unheimlich gut gefallen. Ich liebe Nova und Joe und die ganzen anderen Charaktere. Und ich liebe die ganze Geschichte um die Nachtsande. Aber ich finde, wenn man die Bücher jetzt liest und vergleicht jetzt mit Jonah oder auch mit Adip, merkt man wirklich, wie Laura sich hier weiterentwickelt hat. Und ich finde das so cool, dass ich das mit Laura so erleben konnte quasi, weil ich ja jetzt nicht von Anfang an dabei bin, aber doch relativ zeitig noch angefangen habe, ihre Geschichten zu lesen, sodass ich auch ihr aktuelles Projekt immer lesen kann. Und ja, das finde ich persönlich als Leser wirklich sehr, sehr toll, dass ich da quasi mit ihr wachsen kann. Und ich muss sagen, der Schreibstil bei Another Day in Paradise hat mir schon richtig gut gefallen. Er ist wirklich teilweise sehr, sehr witzig, sarkastisch und wirklich sehr, sehr locker auch. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, denn wir sind ja wie gesagt hier in einer postapokalyptischen Welt, wo eigentlich nichts lustig ist. Und ja, und dieser Humor macht Adip einfach zu etwas ganz, ganz Besonderem. Und ich finde, gerade im zweiten Teil merkt man auch hier wieder die Weiterentwicklung in Noras Schreibstil. Weil man merkt einfach, wie sie bestimmte Szenen einfach zum Leben erwacht, also erweckt. Also bei Laura ist es so, die Annika hat das mal ganz gut geschrieben. Sie hat zu mir gesagt, wenn ich Lauras Bücher lese, ist das nicht wie wenn ich ein Buch lese, sondern wie wenn ein Film im Kopf abläuft. Und genau so geht es mir auch. Also wenn ich Laura ihre Bücher lese, lese ich nicht wie in einem Buch, sondern dann läuft wirklich ein Film bei mir im Kopf ab. Und ich kann mir das alles wirklich richtig gut vorstellen. Und wie gesagt, also man merkt wirklich von Buch zu Buch, wie besser Laura immer wird. Und ich finde das so toll und ich finde das so cool. Und ich drücke Laura immer die Daumen, dass da noch viel, viel mehr kommt für sie, denn sie hat es einfach verdient. Und ja, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Kapitel 33 bei Jonah hat mich fertig gemacht. Ich war da wirklich mit den Nerven am Ende. Einmal durch die ganze Sache, was da passiert ist. Das war ja das Kapitel, wo dann am Ende so alles aufgelöst wurde, was das überhaupt alles mit Jonah auf sich hat und so. Und da war ich einfach fertig mit der Welt. Und Kapitel 33 bei Anyone Dies in Paradise hat mich genauso fertig gemacht. Das war auch so ein Kapitel, wo hier ein ganz, ganz großer Plot passiert ist, wo hier eine ganz, ganz schlimme Handlung gewesen ist. Und ich war einfach wirklich fertig mit den Nerven nach diesem Kapitel. Es war nicht so schlimm wie bei Jonah, aber ich war wirklich fertig. mit den Nerven und ich war traurig und ich habe geflucht innerlich und habe gedacht so, nein, das kann jetzt hier nicht dein Ernst sein. Warum? Und ja, aber es war wirklich sehr, sehr gut geschrieben und hat mir, wie gesagt, richtig gut gefallen. Mein Fazit zu Another Day in Paradise und auch Anyone Dies in Paradise ist, es ist eine wahnsinnig gelungene postapokalyptische Geschichte um eine Gruppe Jugendlicher, die versucht, ums Überleben zu kämpfen. Und ich liebe wirklich, wie gesagt, diese Geschichte unheimlich gern. Ich liebe die Charaktere, das Setting, den Schreibstil. Diese beiden Bücher sind für mich rundum perfekt. Ich habe hier wirklich nichts zu meckern, außer beim zweiten Teil vielleicht das Ende ein bisschen. Da hätte ich gern ein bisschen mehr noch an Informationen einfach auch gehabt und einfach ein bisschen mehr noch Auflösung zur Geschichte. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Wie gesagt, es ist immer ein Kompliment an den Autor, wenn man sagt, man möchte gerne mehr haben von ihm. Und ja, ich liebe diese beiden Bücher einfach wirklich sehr, sehr gern. Und wer Bock hat auf wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte mit Zombies, mit einer Gruppe Jugendlicher, die unterschiedlicher nicht sein kann, der sollte sich Adep auf jeden Fall anschauen. Und wer jetzt Angst hat, eine Zombie-Geschichte zu lesen, weil er denken könnte, es wird eklig oder so, ist nicht so. Lest es einfach. Es ist kein ekliges Buch. Hier werden keine Leute irgendwie gedammt rausgerissen. Und das wird bis ins kleinste Detail geschrieben oder so. Also da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Es ist absolut nicht eklig oder so. Man kann das wirklich ruhigen Gewissens auch sein Kind lesen lassen, weil es ja ein Jugendbuch ist. Und ja, ich liebe die beiden Bücher und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Lest sie, sonst habt ihr echt was verpasst. Das war meine Reihenvorstellung zu diesen beiden Büchern hier. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Bücher schon gelesen? Wollt ihr die Bücher noch lesen? Oder ja, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.